Hallo und herzlich willkommen beim Thea-Podcast. Mein Name ist Dorothea Leinung, ich bin ganzheitliche Ärztin, Hypnose-Therapeutin, Gesundheitsmentorin und deine Gastgeberin. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist und heute erwartet dich ein Interview mit einem mega faszinierenden Menschen. Ich hatte das Privileg, den wunderbaren Professor Stefan Kölsch zu Gast zu haben. Er ist nicht nur fantastischer Musiker, sondern auch Psychologe, Neurowissenschaftler und Bestsellerautor. Wenn du sein Buch Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik, noch nicht kennst, dann ist das eine absolute Kauf- und Leseempfehlung meinerseits. In diesem Buch, über das wir in diesem Interview natürlich auch ganz intensiv sprechen und zu dem du einen Link in den Shownotes und der Videobeschreibung findest, geht es darum, welche erstaunlichen Effekte die Musik auf deinen Körper, deinen Geist und deine Seele hat und wie du diese für dich nutzen kannst. Denn mit Musik kannst du nicht nur medizinische Heilungsprozesse unterstützen und beschleunigen, sondern zum Beispiel auch degenerative und demenzielle Vorgänge verlangsamen oder sogar umkehren. Du kannst mit Musik aktiv deinen Gemütszustand beeinflussen, dich motivieren oder auch depressive Stimmungen effektiv umkehren. Ganz zu schweigen davon, dass es sogar möglich ist, mithilfe der Musik Hirnnervenzellen nachwachsen zu lassen. Also mich hat das Buch nachhaltig beeindruckt und geprägt und es hat es in meiner persönlichen besten Liste geschafft und was was heißen will. Musik sollte in der gesamten Medizin eine deutlich stärkere Rolle spielen, finde ich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es in meiner täglichen Arbeit so frei und intensiv einsetzen kann, wie es meine Klienten brauchen. Also, hör unbedingt in die heutige Folge rein und wenn du dir das Buch von Stefan Kölsch über Amazon zulegst, dann lass dort unbedingt eine positive Bewertung da. Damit hilfst du mit, dass das Buch noch mehr Menschen mit seiner richtigen Botschaft erreicht. Dankeschön. So, dann lass uns mal loslegen. Viel Freude mit diesem Interview. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich habe heute einen ganz besonderen Menschen hier zu Gast. Er ist ein Mensch mit vielen Facetten und einer Leidenschaft für Musik und ihre tiefen Wirkungen auf unseren Geist, unseren Körper und die Seele. Geboren in Texas studierte er im Bremer Konservatorium Violine, Klavier und Komposition und zusätzlich Psychologie und Soziologie an der Uni Leipzig. Als Professor für Psychologie mit Schwerpunkt Neurokognition von Musik und Sprache beschäftigt er sich unter anderem mit dem Einfluss der Musik auf unsere Emotionen und deren Wirkungen auf das vegetative, hormonelle und das Immunsystem. In seinem fantastischen Buch Good Vibrations, die heilende Kraft der Musik, das schnell zum Spiegel Bestseller avancierte, beschreibt er die vielfältigen und erstaunlichen Wirkungen der Musik auf unseren Körper und das in sehr begeisternder, unterhaltsamer und absolut eingängiger Form. Ein definitiv lesenswertes Buch. Ich freue mich total und es ist mir eine Riesenehre, ihn heute hier im Podcast zu Gast zu haben, Professor Stefan Kölsch. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sprechen. Lieber Herr Kölsch, vielen Dank erstmal, dass Sie heute hier sind und ich habe in der Anmoderation da gerade schon ein bisschen was zu Ihrem Werdegang erzählt. Sie sind geboren in Texas, haben in Deutschland studiert und forschen und lehren jetzt in Bergen, Norwegen. Wie kam es erstens zu diesem Weg und zweitens dann auch zu der Entscheidung zusätzlich zur professionellen Musikausbildung dann auch noch sich der Soziologie und Psychologie zu widmen? Ja, ich wurde gegen Ende meines Musikstudiums krank. Ich musste eine Weile aussetzen mit dem Musikstudium. Ich bin in der Zeit dann an die Universität Bremen gegangen und habe dort eine ganze Reihe unterschiedlicher Kurse, Vorlesungen, Seminare besucht und habe dann gemerkt, oh, da gibt es ja auch über die Musik hinaus noch andere Welten, die mir vorher noch so gar nicht bekannt waren, die sich mir dort öffneten. Und dann war es auch so, dass ich in dieser Zeit, in der mein Studium im Prinzip pausieren musste, Geige spielen konnte, Musik machen konnte, ohne den Stress, den man als Musikstudent so hat. Einfach Musik um der Musik willen und einfach aus Spaß und aus Freude. Und da habe ich zum ersten Mal die regenerativen Kräfte, die Musik in mir erwachrufen kann, hervorrufen kann, am eigenen Leibe erspürt. Und das war so die Keimzelle meines Wunsches, dann mein Musikstudium möglichst schnell zu beenden, einen Abschluss zu machen und dann Psychologie, Soziologie, Neurobiologie, Neurowissenschaft zu studieren, um dort Musik auf der einen Seite mit dem Interesse der heilsamen Wirkung von Musik besser kennenzulernen und zu erforschen. Ja, eine wunderbare Kombination. Und daraus ist ja dann auch dieses wundervolle Buch entstanden. All diejenigen von euch, die mir schon länger folgen, ich habe auf Instagram und eigentlich immer mal wieder, wenn ich mich in den Social Medias zeige, erwähne ich dieses Buch, weil ich muss wirklich sagen, dieses Buch hat mein Leben verändert und ihr müsst es unbedingt lesen. Das wird auch euer Leben verändern. Also es ist wirklich endgeil, dieses Buch. Und in diesem Buch gehen Sie ja auf ganz, ganz viele verschiedene Aspekte der Musik ein, wie Musik auf unseren Körper wirkt. Und unter anderem erwähnen Sie da ja auch den sogenannten Musikreflex. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, was ist das genau und was passiert da in unserem Gehirn? Ja, wenn wir Musik wahrnehmen, dann passieren eben ganz automatisch eine ganze Reihe von Prozessen in unserem Körper und dann eben auch in dem Rest, in unserem Gehirn und dann eben auch im Rest des Körpers. Und eine Reaktion ist zum Beispiel, dass in einem Emotionssystem des Gehirns, das ich das Vitalisierungssystem nenne, automatisch durch Musik entweder unser Gehirn und der Rest vom Körper eher aktiviert werden können. Das können wir zum Beispiel dadurch nutzen, dass wir vielleicht besser aus dem Bett kommen, vielleicht morgens besser an den Tag reinkommen, vielleicht uns motivieren können dazu, Sport zu machen, uns gesund zu ernähren, vielleicht über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken und zu erkennen, dass wir vielleicht doch liebenswerte Wesen sind. Oder auf der anderen Seite kann das auch dazu führen, also die Beeinflussung dieses Vitalisierungssystems im Gehirn durch Musik, dass wir uns zum Beispiel mit Musik beruhigen können, dass wir zum Beispiel abends vielleicht Stress reduzieren können und uns beruhigen können, um dann besser vielleicht einzuschlafen. Und Sie erwähnen ja in diesem Zusammenhang auch das Mutzentrum und Sie haben das ja auch gerade schon so ein bisschen angeteasert mit dem Aspekt auch der Selbstliebe, der Selbstachtung. Dazu gehört Mut ja letztlich auch im weitesten Sinne und können Sie da vielleicht auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie können wir Musik nutzen, um unser Mutzentrum zu aktivieren? Ja, also Mut ist natürlich was ganz Wichtiges im Leben und spielt bei ganz vielen Dingen im Leben, die uns Stress machen, bei ganz vielen psychischen Problemen und auch bei psychischen Krankheiten eine ganz große Rolle, weil da oft der Mut gekappt wird. Und wir zum Beispiel, wenn wir uns in einer depressiven Stimmung befinden, den Mut, den unser Gehirn eigentlich produziert, so nicht mehr zulassen. Und die eine, wie ich denke, ganz wirksame und ganz einfache Methode, dieses Mutzentrum zu stimulieren, ist Musik zu hören, die wir als ermutigend empfinden. Also das kann zum Beispiel Musik sein, die sich für eine Person motivierend anhört, vielleicht auch triumphal oder vielleicht heroisch, ohne jetzt aggressiv zu klingen. Und wenn wir diese Musik dann hören, dann hat das besonders dann, ja, oder hat das dann besonders positive Effekte, wenn wir uns die Musik nicht nur anhören, sondern uns irgendwie an dieser Musik beteiligen. Also wenn wir zum Beispiel innerlich vielleicht mitsingen oder vielleicht mit Tanzbewegungen uns in der Musik beteiligen oder wenn andere dabei sind und das vielleicht gerade peinlich wirken könnte, können wir einfach mit der Musik mitklopfen, zum Beispiel mit den Händen oder mit dem Fuß unauffällig. Wir können mit der Musik atmen, zum Beispiel sechs Schläge ausatmen, vier Schläge einatmen. Allein das lenkt unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken auf die Musik. Dadurch können sie nicht mehr um negative Dinge in unserem Leben kreisen, vielleicht Dinge, die uns vorher demotiviert haben oder entmutigt haben. Und so können wir sozusagen die Good Vibrations der Musik, der ermutigend klingenden Musik dann in unserem Gehirn und auch im Rest unseres Körpers dann einfach wirken lassen. Also man kann durch aktive Beteiligung die Wirkung der Musik verstärken, also tanzen mit Klopfen und alles, was irgendwie mit körperlicher Bewegung zu tun hat. Dadurch kann man das potenzieren. Ja, es ist oft wichtig, dass man die Musik nicht einfach nur passiv hört, passiv anmacht und denkt, okay, dann wird die schon ihre Wirkung haben. Wir können die Wirkung der Musik eben dadurch verstärken, dass wir uns irgendwie an der Musik beteiligen. Also ganz einfaches Beispiel. Wenn wir beim Zahnarzt sind und entweder selber uns vielleicht sogar Musik mitgebracht haben oder es läuft vielleicht Musik in der Zahnarztpraxis und wir uns denken, oh super, da läuft Musik, das hilft mir vielleicht etwas, die Schmerzen zu reduzieren, dann ist das zwar auch der Fall, sie werden aber noch stärker reduziert, wenn wir zum Beispiel der Musik genau zuhören und mit der Musik einfach mit den Fingern mitklopfen. Oder anderes Beispiel, sagen wir ein Mensch, der an negativen Gedankenschleifen leidet. Ja, die Gedanken gehen immer wieder zurück auf etwas, was uns gestresst hat, was uns vielleicht irgendwie traumatisiert hat. Der fiese Kollege, die fiese Ex, irgendwas, was für uns vielleicht besonders geärgert hat. Ja, und unsere Gedanken kommen immer wieder zurück auf dieses negative Ereignis. So, jetzt in so einer Situation ist das wichtig, diese negativen Gedankenschleifen endlich abzuschalten. Und in Musik geht das ganz leicht, kinderleicht. Nämlich dadurch, dass wir zum Beispiel Musik anmachen, die sich ermutigend anhört oder fröhlich oder einfach wie die Stimmung, in die wir jetzt kommen möchten und wir dann der Musik eben nicht nur zuhören und dann unsere Gedanken vielleicht immer wieder leicht zurück auf dieses negative Stressene Ereignis kommen, sondern wir uns tatsächlich auf die Musik irgendwie konzentrieren oder uns irgendwie an der Musik beteiligen. Wenn wir zum Beispiel mit der Musik atmen und dabei zählen, sechs Schläge ausatmen, vier Schläge einatmen, zum Beispiel je nach Tempo der Musik, dann sind unsere Gedanken damit schon beschäftigt. Und zum Glück kann dieser Teil unseres Gehirns, der diese negativen Gedankenschleifen produziert, nicht an zwei Dinge gleichzeitig denken. Und sobald wir unsere Gedanken also auf eine Sache fokussieren, hier die Musik, hat dieser Teil des Gehirns, den ich das Unterbewusste nenne, keine Chance mehr zur gleichen Zeit diese negativen Gedankenschleifen zu produzieren. Und dann ist es auch, das wollte ich vorher noch dazufügen, wichtig, dass wir dazu die Musik nutzen, die wir selber als fröhlich oder als ermutigend oder als motivierend oder auch als beruhigend oder so empfinden. Also ich werde dann oft gefragt, ja, Herr Kölsch, was soll ich denn dann hören? Und dann ist das auch wenig, wenn ich den Leuten meine persönlichen Mood-Songs mitteile, weil sie dann sagen, naja, also zum Beispiel, was weiß ich, Klassik oder Bach ist vielleicht jetzt nicht so mein Ding. Ich höre eigentlich lieber Heavy Metal. Und dann kann ich denen nur sagen, das ist völlig okay, jetzt kenne ich mich mit Heavy Metal nicht so gut aus, aber wenn das die Musik ist, die sie ermuntert oder motiviert, dann können sie ja dies hören. Oft höre ich mir die Musik dann auch an und kann dann zum Beispiel hören oder frage dann die Person, hört sich das für sie jetzt eher motivierend an oder vielleicht eher aggressiv oder vielleicht eher beides? Gibt es vielleicht noch ein Stück, das sich vielleicht für sie motivierend anhört, ohne dass es aggressiv ist, weil wir ja unseren Geist beruhigen wollen, wir wollen ja innere Ruhe und inneren Frieden finden und jetzt nicht aggressiv auf irgendwas anderes werden, schon gar nicht auf uns selber, auch nicht auf andere Menschen. Und ja, da kann man dann manchmal noch so ein bisschen nachjustieren. Oder ein depressiver zum Beispiel spielt mir Musik vor, wo er sagt, so ja, also das höre ich gerne, wenn ich depressiv bin und ich frage ihn, also hört sich das denn wirklich für sie fröhlich an oder ermutigend oder vielleicht doch eher so nostalgisch, melancholisch? Ja, das hört sich für mich so, ja, also schon ein bisschen nostalgisch, aber das erinnert mich immer an meinen Ex und den mochte ich so gerne. Ja, aber mit dem ist doch hier Schluss, das ist doch keine angenehme Erinnerung. Ja, da haben sie jetzt auch recht. Dann vielleicht doch lieber ein anderes Stück und dann spielt sie mir ein anderes Stück vor. Und das ist dann tatsächlich eins, wo ich hören kann, ja, das animiert vielleicht zum Tanzen, zum Bewegen. Das hört sich tatsächlich fröhlich an. Ja, es ist interessant, wie Sie das so beschreiben, weil da muss man ja tatsächlich aufpassen, weil Musik kann ja auch genau das Gegenteil erzeugen. Wenn man sich im Prinzip die falsche Musik aussucht, kann man das ja noch tiefer in die Depression auch reinziehen. Deswegen, Musik ist tatsächlich ein machtvolles Instrument. Und ich finde, das haben Sie jetzt gerade auch an dieser depressiven Patientin auch sehr gut beschrieben. Dass man eben sehr, sehr gut aufpassen sollte, welche Musik man sich wählt, aber dass es sehr, sehr individuell ist und dass man sich wirklich seine eigenen Playlists zusammenstellen kann zu den verschiedensten Themen. Weil es gibt ja nicht nur eine Mutliste, man kann sich ja auch eine Happylist zusammenstellen oder so eine Regenerationslist oder eben auch eine Motivationsplaylist, zum Beispiel für den Sport. Dem Sport wird man sich ja auch einen großen Teil. Und was ich total faszinierend fand, Sie erwähnen an einer Stelle den Thomas Fritz, der Sportgeräte so umgebaut hat, dass man, wenn man an den Sportgeräten sitzt, selber Musik erzeugt beziehungsweise die Musik beeinflussen kann. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und das unterstreicht auch das, was Sie selber gerade gesagt haben, wenn man Musik selber aktiv erzeugt oder mit der Musik mitgeht und das sehr bewusst auch mitgestaltet, dann hat das einen ganz, ganz anderen Effekt. Und in diesem Fall kann das ja tatsächlich nicht nur die Sportmotivation steigern, sondern sogar auch das Schmerzempfinden lindern, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Wie funktioniert das denn? Über welche Hormone im Gehirn oder wie kann man sich das vorstellen, dass Musik tatsächlich in der Lage ist, Schmerzen zu lindern? Ja, bevor ich die Frage antworte, noch einen Satz zu dem, was Sie gerade gesagt hatten. Das finde ich nämlich sehr interessant, dass wir sportleichter mit Musik machen können. Und jetzt brauchen wir nicht unbedingt diese Geräte, die tatsächlich die Musik machen, während wir sie betätigen, sondern wir können natürlich auch Musik beim Sport hören und uns vorstellen, dass wir irgendwie mit der Musik quasi mitmachen, mit unseren Bewegungen. Machen ja auch viele, wenn sie zum Beispiel an Sportgeräten sitzen oder in die Pedale treten. Wir können uns dabei sogar vorstellen, dass wir selber die Musik mit unseren Bewegungen machen. Habe ich selber auch ausprobiert. Funktioniert ganz gut. Und hilft tatsächlich beim Sport dann länger zum Beispiel durchzuhalten. Die ersten 20 Minuten sind die schwierigsten. Wenn wir die erstmal durchgestanden haben, ist es danach schon viel leichter. So, und welche Signalstoffe im Gehirn sind jetzt daran beteiligt oder kommen da jetzt ins Spiel? Also zum Beispiel ist es so, dass wenn wir uns an Musik beteiligen, wenn wir zum Beispiel mit anderen auch zusammen Musik machen, wenn wir einen Takt zur Musik klopfen, wenn wir also unsere Bewegungen in einen Takt mit Musik bringen, dass dann unser Gehirn sogenannte endogene Opioide ausschüttet. Und das führt dazu, dass Schmerzen oder Schmerzwahrnehmungen reduziert werden. Wir fühlen die Schmerzen dann nicht mehr so doll. Wir fühlen uns dabei übrigens dann auch anderen Menschen eher verbunden. Denn endogene Opioide sind nicht nur Botenstoffe im Gehirn, die Schmerz reduzieren, sondern auch Botenstoffe im Gehirn, die uns anderen Menschen mehr trauen lassen, die dazu führen, dass wir uns anderen Menschen mehr verbunden fühlen und die auch ins Spiel kommen, wenn wir Glückserlebnisse haben. Spannend. Ja, das könnte man ja eigentlich auch deutlich mehr in den Krankenhäusern zum Beispiel einsetzen. Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, warum das immer noch nicht so eine starke und weite Verbreitung findet? Weil ich meine, Musik ist ja im Prinzip, wenn man halt diese Kleinigkeit beachtet, dass es eigentlich tiefer in eine Depression ziehen soll, ist es ja im Prinzip nebenwirkungsfrei. Und es gibt ja viele Studien inzwischen, die auch belegen, wirklich mit Zahlen, Daten, Fakten, dass, wenn man das zum Beispiel auf einer Intensivstation einsetzt, dass die Patienten kürzere Liegedauern haben, schneller von der Intensiv weg können, schneller von der Beatmung weg können und auch deutlich weniger Narkotika und Sedativa brauchen. Haben Sie eine Theorie, warum das immer noch nicht flächendeckend eingesetzt wird? Die Forschung dazu ist ja noch relativ jung, so 20 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist ja nichts im Vergleich zu der langen pharmazeutischen Forschung zum Beispiel, oder der medizinischen Forschung insgesamt natürlich. Und nun ist es so, dass das Medizinsystem, dass das Gesundheitswesen leider relativ träge ist und relativ konservativ und das Zeit braucht, bis sich neue Dinge durchsetzen. Ich bin aber optimistisch und gehe davon aus, dass je mehr wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse es gibt und je mehr sich die Erkenntnis durchsetzt, dass das tatsächlich auch den Patienten hilft und damit auch Kosten reduzieren hilft, dass sich das dann auch weiter durchsetzen wird. Dann ist es natürlich auch so, dass es für Ärzte nicht so lohnend ist, mit musiktherapeutischer Forschung sich einen Namen zu machen, denn als Mediziner macht man sich eher einen Namen damit, dass man ein neues Molekül erfindet, zum Beispiel, dass irgendwo gespritzt werden können oder eine neue Operation erfindet, solche Dinge. Es gibt aber schöne Beispiele von Menschen, die Musik im Gesundheitswesen angewendet haben und damit dann auch ihre eigenen Erfolge erzielt haben. Also zum Beispiel habe ich eine E-Mail bekommen von einer Krankenschwester aus Schleswig-Holstein, die das Buch gelesen hat und mir geschrieben hat, wir hatten einen Patienten auf der Station, der hat seinen Lebensmut aufgegeben, der wollte sterben, der hat es abgelehnt, künstlich ernährt zu werden und da habe ich auf den Tipps ihres Buches folgend, habe ich die Verwandten gebeten, Musik mitzubringen, die der Patient mag, haben die auch gemacht und dann habe ich dem Patienten Musik angemacht und daraufhin hat er wieder Mut gefasst und ließ dann auch die künstliche Ernährung wieder zu und der ist dann wenige Wochen später dann auch entlassen worden. Die Krankenschwester hat diesem Patienten sozusagen das Leben gerettet mit der Musik. Mit der Musik. Ja, finde ich phänomenal. Wie ist das eigentlich in Norwegen? Ist man da eigentlich schon in den Krankenhäusern ein bisschen weiter? Weil Sie arbeiten ja jetzt in Norwegen, da haben Sie ja einen ganz guten Überblick, denke ich. Sind die da schon weiter als in Deutschland? Oder ist das so ähnlich? Also ich würde sagen, dass man hier insofern weiter ist, als dass es ganz viele Gesundheitseinrichtungen gibt, die auch Musiktherapeuten beschäftigen. Also zum Beispiel in Altenheimen ist das gang und gäbe, dass Musiktherapeuten beschäftigt werden und mit den Demenzpatienten zum Beispiel gemeinsam singen, gemeinsam Musik machen, sich um die Demenzpatienten eben auch mit Musik kümmern. Und das ist schon mal ein großer Vorteil gegenüber Deutschland, wo sowas noch viel häufiger der Fall sein könnte. Was in Deutschland, denke ich, dringend notwendig ist, ist, dass Ärzte endlich Musiktherapie auch verschreiben können. Also insbesondere bei Krankheiten, wo wir mittlerweile eine gute wissenschaftliche Grundlage für die heilsamen Effekte von Musik haben. Ja, definitiv. Ja, da spielt natürlich tatsächlich eine sehr große Rolle, wie der Kostenträger das mit unterstützt. Aber ich hoffe auch, dass sich das immer weiter verbessert. Zumindest arbeiten wir da dran, auch mit diesem Podcast. Was ich sehr beeindruckend fand, weil Sie gerade Musiktherapie erwähnt haben, Sie erzählen in Ihrem Buch auch von Joke Bratt. Das ist ja eine Musiktherapeutin an der Drexel University in Philadelphia. Und die hat ja eine Methode entwickelt, um im wahrsten Sinne des Wortes Lahme wieder zum Gehen zu bringen. Und können Sie dazu ein bisschen was erzählen? Weil ich fand diese Geschichte so faszinierend. Die erzähle ich auch immer wieder gerne meinen Klienten, die ja auch unter chronischen Erkrankungen leiden, chronische Schmerzsyndrome haben, auch nicht mehr richtig laufen können. Und ich finde, an dieser Geschichte lässt sich sehr, sehr gut zeigen, wie machtvoll tatsächlich Musik auch sein können. Und mögen Sie von der mal so ein bisschen erzählen, auch von diesem speziellen Ereignis, das Sie auch in Ihrem Buch schildern? Ja, die Joke, die arbeitet ganz viel mit Schmerzpatienten, chronischen Schmerzpatienten, und zwar durch die Bank weg. Also das können Rückenschmerzen sein, das können keine Schmerzen sein und so weiter. Und sie hat eine Methode entwickelt, in der sie mit Schmerzpatienten zusammen singt. Die sitzen dann im Kreis und, ja, das kann erst mal gemeinsames Summen sein und dann vielleicht mit Rhythmen dazu und dann singt sie vielleicht erst mal dazu und dann stimmen andere aus dem Chor mit ein. Und sie hat diese eine schöne Geschichte erzählt, wo eine ältere Frau mit ihrem Krückstock zu dem Chor kam. Die konnte seit Jahren nicht ohne den Krückstock gehen. Und das war eine Schwarzafrikanerin, die muss irgendwie Gospel-Erfahrung oder so gehabt haben. Also während des Gesangs in der Runde fing sie also tatsächlich an, ihre Stimme mit voller Hingabe mit zu singen und sprang zwischendurch auch von ihrem Stuhl auf und sang und setzte sich wieder hin. Die war so aktiv in dieser Chorrunde, dass die Joke dachte, oha, also hoffentlich springt die jetzt nicht über die Stränge und nicht, dass dann irgendwie möglicherweise die Schmerzen danach noch schlimmer sind als vorher. Und als dann die Sitzung zu Ende war und sich der Raum leerte, da sah sie die Krücke dieser Frau neben dem Stuhl liegen. Und die Frau kam nämlich da zurück in den Saal und sagte, ach, ich habe meine Krücke ganz vergessen. Und ja, fand ich deswegen so eine fantastische Geschichte, weil das so illustriert, dass auch chronische Schmerzpatienten, die sonst gar keinen Ausweg mehr sehen, teilweise mit Musik, ihre Schmerzen einfach vergessen können. Und ja, wo Musik sozusagen so einen Durchbruch schaffen kann, der dann wieder ganz neue Wege eröffnet. Fantastisch. Ja, das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und das erinnert mich auch so ein bisschen daran, also man kann ja auch, also ich setze ja sehr, sehr viel Hypnose ein. Ich bin ja ein großer, großer Fan davon. Und was ich festgestellt habe, wenn man Musik als Vehikel benutzt, dann sind die Effekte der Hypnose tatsächlich noch viel, viel größer, als wenn man die Hypnose alleine einsetzt. Die Menschen finden viel leichter in die Entspannung hinein. Sie können sich viel leichter öffnen. Und auch der Täterwellenzustand vom EEG-Muster lässt sich mit dem Vehikel der Musik auch deutlich leichter erreichen. Und was ich in meinen Mentorings auch immer sehr, sehr gerne einsetze, ist Mantrenmusik. Und da wollte ich Sie mal fragen, war mich das unfassbar fasziniert. Egal, wem ich Mantrenmusik vorschlage, ob das jetzt ein Mensch ist, der spirituell ist oder nicht, ob das ein total rationaler Mensch ist, egal wie alt der Mensch ist, egal welches Geschlecht er hat, ob es ein Erwachsener ist, ob es ein Kind ist, Mantrenmusik geht bei jedem Menschen, habe ich zumindest so den Eindruck, direkt ins Herz. Und berührt jeden. Und schafft auch tatsächlich von einer Sekunde auf die andere, egal wie gestresst man reingeht, eine totale Entspannung. Und haben Sie eine Erklärung dafür, woher das kommen könnte? Ist das diese Wiederholung dieser heiligen Silben oder diese heiligen Worte? Oder dieses Repetitive daran? Oder was ist das genau? Haben Sie dafür irgendeine Erklärung? Ja, meine Erklärung dafür ist folgendes. Also, wir Menschen sind ja extrem kompetent darin, Emotionen auszudrücken. Und zwar durch unser Gesicht, durch unsere Körperhaltung, Mimik, Gestik, Gerüche und unsere Stimme. An unserer Stimme können andere hören, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, was wir wollen und so weiter. Und diese stimmlichen Signale sind in der Wissenschaft, sagen wir, universal. Das heißt, die werden über den ganzen Globus verstanden, selbst wenn die Person meine Sprache nicht spricht. Also sagen wir mal, ich könnte jetzt in den Amazonas-Urwald gehen. Wenn ich dort einen Yanomami-Indianer treffen würde, dann könnte der an meiner Stimme hören, ob ich gerade fröhlich bin oder ängstlich oder überrascht. Und ich könnte das an seiner Stimme ebenfalls hören, obwohl wir gegenseitig die Sprachen nicht sprechen. Da klingt jetzt doch noch die Erkältung von vorletzter Woche durch. Können Sie nachher rausschneiden. Und jetzt ist es so, dass Musik den emotionalen Ausdruck von Stimmen und von Vokalisationen imitieren kann. Und zwar so, dass sie diese oft noch überhöht. Und wir sprechen auch von Musik als der superexpressiven Stimme. Also bei einer fröhlichen Stimme zum Beispiel geht die Melodie rauf und runter. Wir hören eine gewisse Energie und höhere Frequenzspektren. Sie ist etwas schneller. Wohingegen bei einer traurigen Stimme die Melodie eher runtergeht. Es hat weniger Energie, es ist langsamer und so weiter. Und bei einer ruhigen Stimme, die nicht gestresst ist, geduldig ist, nicht unwirsch, da hören wir das dann eben auch an der Stimme. Und wenn Musik solch einen stimmlichen Ausdruck imitiert, so wie wir das übrigens ganz automatisch machen, wenn wir einem Baby ein Wiegenlied singen, oder wenn zum Beispiel Meditationsmusik eben auch Klänge produziert, die uns beruhigen sollen, dann können unsere Gehirne das automatisch verstehen und sind auch oft automatisch davon, sagen wir mal, angesteckt. Sie resonieren automatisch damit. Sie übernehmen sozusagen automatisch diese Stimmung. Das ist ein Grund dafür, weswegen zum Beispiel ein Baby sich oft bei Wiegenmusik oder bei einem Wiegengesang tatsächlich beruhigt und dann auch leichter einschlafen kann. Oder weswegen zum Beispiel wir uns gerne auch bei Hypnose mit Musik, die sich eben entspannend anhört und wie eine ruhige, entspannende, beruhigende Stimme anhört, uns tatsächlich dann noch stärker entspannen können. Diese vokalen Signale von Emotionen werden in ganz alten Bereichen unseres Gehirns, im sogenannten Hirnstamm bereits, registriert. Wir haben sozusagen Antennen im Hirnstamm, mit denen wir schon als Neugeborene diese Signale empfangen können und diese Signale uns schon entsprechend beeinflussen. Und die sind natürlich auch bei uns Erwachsenen noch aktiv, diese Antennen. Oft ist es gar nicht so wichtig, was uns jemand sagt, sondern wie uns das jemand sagt. Der Klang der Stimme ist oft viel wichtiger als das, was die Person tatsächlich sagt. Und das werden Sie ja auch aus Ihrer medizinischen Praxis kennen. Oft ist es gar nicht so wichtig, was der Patient mir sagt. Oft ist es wichtig, dass ich höre, wie der Patient mir das sagt. Ich höre oft im Klang der Stimme eines Patienten viel mehr als das, was der Patient mir eigentlich sagt. Und das ist ganz wichtig, um auch zutreffende Diagnosen treffen zu können. Ja, definitiv. Deswegen haben meine alten Professoren immer gesagt, Leute, ihr braucht eigentlich die Apparate gar nicht. 95 Prozent aller Diagnosen könnt ihr mit der Anamnese stellen und durch ein aufmerksames Zuhören dessen, was der Patient euch erzählt. Und das kann ich nur bestätigen, weil das, was Sie jetzt auch beschrieben haben, mit dem Gesagten schwingt so viel mit, dass wir dadurch in die Lage versetzt werden, auch zwischen den Zeilen zu lesen und auch hinter die Fassade der Geschichte zu gucken. Und da sitzt ja in der Regel eigentlich auch dann eher die Erklärung für die Beschwerden, die die Menschen haben. Und ja, vielen, vielen Dank für die Erklärung, weil das hat mich schon lange umgetrieben, was speziell bei der Mantrenmusik so besonders ist. Aber wahrscheinlich ist es auch mit der repetitive Charakter, könnte ich mir vorstellen, weil die Dinge werden ja immer und immer und immer wiederholt. Genau, so wie es beim Wiegenlied zum Beispiel auch so ist. Die wiederholen sich ja auch immer. Schlaf, Kindlein, Schlaf. Ha, 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 ha. Auch ständig Wiederholung. Das ist ein ganz typisches Charakteristikum für Schlaf- und Wiegenlieder. Übrigens nicht nur in unserer Kultur, sondern auch über den gesamten Globus. Da gibt es Forschungen dazu, die zeigen, dass Wiegen und Schlaflieder über den Globus hinweg gemeinsame Charakteristiken haben. Und die finden wir eben auch in Musikstilen, sage ich jetzt mal wieder, die uns besonders beruhigen. Also kein Wunder, dass zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Patienten beruhigen wollen mit Hypnose, dass Sie dann eben nicht Alfred Hitchcocks Musik auf Psycho oder ACDC oder so etwas verwenden, sondern eben Musik, die so klingt wie eine beruhigende Stimme. Ja, definitiv. Sie hatten vorhin das Stichwort Demenz und Altenheime genannt. Und was ich auch sehr, sehr interessant fand, dass Sie in Ihrem Buch auch beschreiben, wie Musik uns jung halten kann und wie es sogar, also nicht nur Einfluss auf das Alter unseres Gehirns hat, sondern dass es tatsächlich auch das Fortschreiten demenzieller Erkrankungen aufhalten und zum Teil sogar auch so ein bisschen zurückschrauben kann. Mögen Sie uns dazu mal so ein bisschen mehr noch erklären? Wie funktioniert das genau? Wie kann ich, wenn ich jetzt vielleicht einen älteren Vater habe oder einen Großvater, der vielleicht auch schon so beginnende Demenz hat, wie kann ich Musik da gezielt einsetzen, um das aufzuhalten? Ja, Neurodegeneration ist ein ganz großes Thema. Ich hatte vorhin ja schon die endogenen Opioide erwähnt. Es gibt noch einen anderen Botenstoff im Gehirn, den ich den Treibstoff des Spaßmotors nenne, das sogenannte Dopamin. Und mit Musik wird besonders viel Dopamin freigesetzt. Und das hält tatsächlich unsere Gehirne jung. Das Dopamin ist sozusagen ein Signalstoff im Gehirn, mit dem sich das Gehirn nicht nur gesund, sondern auch jung hält. Und das können Sie zum Beispiel Parkinson-Patienten auch zunutze machen. In meinem Buch gebe ich Tipps, wie Parkinson-Patienten Musik nutzen können, um zum Beispiel spazieren zu gehen, um bestimmte Bewegungen leichter auszuführen, um Bewegungsblockaden abzuschalten. Parkinson-Patienten können ja interessanterweise zu Musik tanzen, obwohl sie ohne Musik sich kaum noch bewegen können. Und das kann man sich so zunutze machen, dass man das übt mit Musik und dann tatsächlich auch ohne Musik dann wieder etwas leichter fällt. Und bei Patienten mit Demenz, also zum Beispiel mit Alzheimer-Demenz, haben wir das rätselhafte Phänomen, dass die sich an viele Dinge in ihrem Leben nicht mehr erinnern können, aber an Musik doch noch. Also ich habe schon mit Patienten zu tun gehabt, die ihre eigene Schwester nicht erkennen konnten, nicht erinnern konnten, keine Erinnerung mehr an sie hatten. Aber Lieder singen konnten, und zwar mit Text, und auch viele Lieder eben wiedererkennen konnten. Und das kann man sich dahingehend zunutze machen, dass man zum Beispiel gerade in fortgeschrittenem Stadion Musik nutzt, um dem Patienten seine Sorge und seine Angst vor einer neuen Umgebung zu nehmen. Oft ist es ja so, dass die Patienten zum Beispiel im Pflegeheim oder im Altenheim aufwachen und sich nicht zurechtfinden, weil sie die Umgebung nicht wiedererkennen. Oder das Personal kommt, das neu ist, und sie haben Angst vor denen, weil die ungewohnt sind, sie erkennen die nicht wieder. Wenn die dann aber Musik nutzen, um eine Atmosphäre zu schaffen, die der Patient wiedererkennt, dann nimmt das dem Patienten Sorge und Angst. Und hier in Bergen machen wir ein Forschungsprojekt gerade, wo wir Musiktherapie mit Alzheimer-Patienten für ein Jahr lang machen. Die kriegen einmal pro Woche Gesangsunterricht von Musiktherapeuten, üben jeden Tag und ein-, zweimal im Monat treffen wir uns im Alzheimer-Chor und singen alle gemeinsam. Und dann machen wir vorher und nachher machen wir Hirnscanning und gucken, ob sich möglicherweise die Neurodegeneration aufhalten lässt. Und bisher haben wir erst vorläufige Ergebnisse, das ist noch ein bisschen zu früh, zu sagen, was das Ergebnis der Studie sein wird. Aber es gibt etliche Patienten, bei denen wir tatsächlich sehen können, dass das Gehirn über dieses Jahr etwas jünger wieder wird, was natürlich ein fantastischer Befund wäre, wenn sich das jetzt weiter erhärtet. Aber ich bin da noch vorsichtig. Solange wir, sagen wir mal, die Neurodegeneration etwas aufhalten können, dann haben wir schon einen ganz großen Erfolg. Ja, definitiv. Denn mit jedem Monat, jeden Monat, den zum Beispiel diese Patienten länger zu Hause bleiben können, ist ja ein Monat für die ein Gewinn, ein Gewinn an Lebensqualität und auch für die Gesellschaft ein Kostengewinn. Ja, und um die Lebensqualität geht es ja letztlich. Es geht ja nicht um die Verlängerung der Lebenszeit, sondern tatsächlich um die Vertiefung der Lebensqualität. Und das stimmt ja sehr hoffnungsfroh, diese vorläufigen Ergebnisse. Und Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch das Hirnalter von aktiven Musikern. Und das fand ich auch sehr faszinierend, dass Menschen, die in ihrer Freizeit, also ganz ohne Stress und ohne dieses Lampenfieber und diesen ganzen Auftrittsstress, aber die einfach aus Freude privat aktiv Musik machen, ein Instrument spielen oder singen, dass die nachweislich im Schnitt ein jüngeres Hirnalter haben als Menschen, die entweder kein Instrument spielen oder so harte Profimusiker. Das scheint also für Profimusiker auch nicht unbedingt gerade förderlich zu sein. Einfach bedingt durch den Stress sicherlich. Aber das fand ich auch sehr, sehr schön und sollte vielleicht auch tatsächlich auch jeden ermutigen, ja, seinem Kind vielleicht auch, sofern er Kinder hat, auch Instrumente zu ermöglichen, wenn es irgendwie geht. Weil gerade bei Kindern ist Musik ja für die neurokognitive Entwicklung, Musik ja so unfassbar wichtig, ob das jetzt Sprachentwicklung ist, ob das überhaupt die Gehirnentwicklung ist. Und ich meine, dieses Wissen etabliert sich Gott sei Dank immer mehr. Aber das darf gerne auch noch ein bisschen mehr vertieft werden, wie ich finde, weil Musik gehört eigentlich in jeden Kindergarten, in jede Schule. Und da, wo Musik tatsächlich praktiziert wird, da sieht man erstaunliche Effekte bei den Kindern. Und Sie beschreiben das ja in Ihrem Buch auch sehr schön, welche Auswirkungen das auf die Sprachentwicklung hat, aber welche positiven Auswirkungen das zum Beispiel auch auf autistische Kinder hat. Und mögen Sie dazu vielleicht... Ja, auch die soziale Entwicklung der Kinder. Ja. Mögen Sie dazu vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen, weil ich denke, das ist speziell eben auch für Eltern sehr interessant, die vielleicht auch nicht mehr weiter wissen oder mit ihrem Latein so ein bisschen am Ende sind, wenn sie wissen, ah, durch eine gezielte, durch den gezielten Einsatz von Musik kann ich mein Kind noch besser unterstützen. Ja. Lassen Sie mich noch ganz kurz sagen, jetzt zum Hirnalter, das ist eine meiner Lieblingsstudien, die das gezeigt hat übrigens. Das Gehirnalter von Musikern, von Profimusikern ist tatsächlich auch ein bisschen jünger als das von den Kontrollpersonen. Aber der jungenhaltende Effekt der Musik war eben besonders stark bei den Amateurmusikern. Wahrscheinlich genau, wie Sie gesagt haben, deswegen, weil die noch weniger Stress beim Musikmachen haben. Und auch bei den Kindern wollte ich noch hinzufügen, ich kann Ihnen da nur vorbeidlos zustimmen, dass es ganz toll ist, wenn man den Kindern ermöglicht, Musik zu machen, Instrument zu lernen, zu singen, zu tanzen und so weiter. Denn ich habe bisher noch kein Kind getroffen, das nicht an Musik interessiert wäre. Und das schließt autistische Kinder mit ein. Und wenn Kinder die Möglichkeit haben, Musik zu machen, an ein Instrument zu spielen, dann können sie ja alle entscheidenden, wichtigen, sozio-emotionalen, kognitiven und körperlichen Faktoren auf einmal spielerisch sozusagen trainieren. Wenn sie Musik machen, dann trainieren sie ihre Wahrnehmung, ihre Aufmerksamkeit, ihr Gedächtnis, ihr Denken. Denn das Ende von der Melodie passt ja mit dem Anfang zusammen oder nicht. Das ist ein komplizierter, kognitiver Prozess. Sie bewegen sich, Sensomotorik, sie erspüren ihren eigenen Körper, sie entwickeln ein eigenes Körpergefühl, was ganz wichtig ist, genau wie die anderen Dinge auch, für eine gesunde Entwicklung eines Kindes. Sie haben emotionale Reaktionen, emotionale Erlebnisse, können sich emotional über die Musik ausdrücken, auch ganz wichtig. Und sie machen soziale Erfahrungen mit der Musik. Das sind alles die fundamentalen Bereiche, kindliche Entwicklung, die Musik sozusagen in einem Abwasch fördern und trainieren kann. Und zwar so, dass es den Kindern sogar noch Spaß macht. Deswegen kann ich auch immer nur vorbehaltlos dazu raten, Kindern den Zugang zu Musik zu ermöglichen. Und das schließt eben auch Kindergärten schon mit ein. Und das schließt auch Kinder mit Autismus mit ein. Denn bei Kindern mit Autismus können wir so schön sehen, dass Musik oft bei Dinge, bei Menschen Dinge bewirken kann, Fähigkeiten hervorrufen kann, die sie laut ihrer Diagnose gar nicht haben dürften. Ja, also zum Beispiel ist es so, dass es ja typisch für Kinder mit Autismus ist, dass sie schwere Kommunikationsprobleme haben. Oft sind sie, haben sie Sprachbehinderung, oft haben sie Behinderung des Gedächtnisses und bei Musik öffnen sie sich oft. Oft braucht das jetzt, geht nicht, oft geht das nicht von heute auf morgen, sondern oft braucht das eine Weile. Aber bei Musik öffnen sich Kinder mit Autismus oft gegenüber Kommunikation. Sie kommunizieren oft mit Musik leichter mit anderen Menschen als zum Beispiel über Sprache. In den Gehirn, im Gehirn eines Kindes mit Autismus ist das Sprachareal aktiv, wenn es Musik macht und Musik hört. Es ist nicht aktiv, wenn mit ihm gesprochen wird, ja, dann sozusagen verweigert das Kind sein Sprachareal zu aktivieren, was dann den Diagnostiker dazu veranlasst anzunehmen, dass dieses Areal im Gehirn des Kindes mit Autismus defekt wäre, ja, oder sozusagen das Gehirn in dieser, das Kind in dieser Richtung, in dieser Hinsicht behindert sei. Wir sehen dann aber mit Musik, dass dieses Areal doch aktiv sein kann und doch, ja, diese Region im Gehirn eben doch kommunikative Prozesse organisiert und deswegen also das Kind in dieser Hinsicht gar nicht so behindert sein kann, wie wir das vielleicht vorher gedacht haben. und selbst wenn Kinder mit Autismus schwere Probleme des Kommunizierens mit anderen haben, ist es natürlich so, dass auch ein Kind mit Autismus genau das gleiche Bedürfnis und genau die gleiche Sehnsucht nach menschlicher Begegnung und nach menschlicher Kommunikation und nach menschlicher Bindung hat, wie jeder andere Mensch auch. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Kinder Wege erfahren können, in denen sie dieses Bedürfnis eben befriedigen können, dieses menschliche Bedürfnis nach Miteinander und nach Mitgefühl und nach Bindung. Ja, total faszinierend. Das zeigt auch wieder sehr schön, finde ich, dass Musik eine ganz eigene Art der Kommunikation ist. Wir müssen nicht immer nur über Sprache kommunizieren, sondern wir können auch über Musik kommunizieren und damit ganz andere Bereiche im Gehirn ansprechen, als wir das durch das gesprochene Wort können. Ganz genau, ja. Und was ich ja auch persönlich so faszinierend fand, Sie erwähnen in Ihrem Buch eine Region im Gehirn, dass Sie so als Zuhause der Seele bezeichnen, den Hippocampus. Und weil ich persönlich ja auch in meinen Mentorings sehr viel auch damit arbeite, wenn Menschen traumatisiert werden, zum Beispiel Soldaten, die Krieg erlebt haben oder Kinder oder Erwachsene, die als Kinder misshandelt worden sind, dann verändert sich ja die Hippocampus-Region im Gehirn. Und ich denke, es wäre ganz spannend, wenn Sie einmal so ein bisschen erklären, was passiert in dieser Region und wie kann Musik dabei helfen, diese Traumatisierung wieder zu heilen und ist es möglich, dass Gehirnzellen nachwachsen können, um diesen Heilungseffekt zu komplizieren? Ja, in dieser Region ist das tatsächlich möglich. Es ist so, dass ich mein Buch diese Region tatsächlich als Seele im Gehirn bezeichne und auch als Glückszentrum. Und das hängt damit zusammen, dass der Hippocampus Emotionen generiert, die wir im Zusammen, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen erleben. Also so etwas wie Sympathie, Mitgefühl, Liebe und so weiter. Und diese Region, die Seele im Gehirn, ist tatsächlich die empfindlichste Region, die uns Hirnforschern bekannt ist. Denn das ist die einzige Region im Gehirn, wo Nervenzellen als Folge von Gewalt und massiv im chronischen Stress absterben können. Und das kann dann dazu führen, dass diese Region im Gehirn kleiner wird. Das kann man in hirnanatomischen Bildern tatsächlich auch dann sehen. Also zum Beispiel in Bildern, die mit einem Magnetresonanz Tomografen aufgezeichnet werden. Und das ist mittlerweile in etlichen Studien gezeigt worden, zum Beispiel wie Sie erwähnt haben mit Kriegsveteranen, mit posttraumatischen Belastungsstörungen oder mit Menschen, die als Kinder misshandelt wurden, mit Menschen, die eine schwere Traumatisierung hinter sich haben, leben mussten. Und jetzt ist es aber zum Glück so, dass diese Region im Gehirn auch die einzige Region im Gehirn ist, in der neue Nervenzellen generiert werden können, sozusagen nachwachsen können. Und das kann dann auch dazu führen, dass diese Region im Gehirn wieder größer wird. So, und jetzt ist die Frage, wie kommt denn da jetzt Musik ins Spiel? Musik kommt dadurch ins Spiel, dass Musik diese Region besonders stark aktivieren kann. Und das wissen wir erst seit einigen Jahren, denn vorher in anderen Emissionsexperimenten in der Neurowissenschaft tauchte diese Hirnregion eigentlich kaum auf. Was daran vielleicht auch liegt, dass die Neurowissenschaft sich jetzt weniger auf Emotionen wie Liebe, Mitgefühl, Sympathie und so weiter konzentriert, sondern eher sowas wie Angst und Furcht und Spaß und so weiter. Aber in den neurowissenschaftlichen Studien zu Musik und Emotion sehen wir, dass diese Hippocampus Formation, dieses Glückszentrum im Gehirn immer wieder auftaucht. Und das schlägt vor, dass wir Musik eben auch therapeutisch bei Störungen und Krankheiten benutzen können oder nutzen können, in denen die Hippocampus Formation sozusagen die Seele im Gehirn mit beeinträchtigt ist. Und das ist bei fast allen chronischen Erkrankungen und psychischen Störungen der Fall. Also nicht nur bei Depressionen, nicht nur bei posttraumatischer Belastungsstörungen, bei Schizophrenie, bei etlichen somatischen chronischen Erkrankungen auch. Also es gibt mittlerweile Studien, die zum Beispiel zeigen, dass Personen mit chronischen Erkrankungen des Immunsystems, die ja auch oft mit Stress zusammenhängen, mit emotionalem Stress zusammenhängen, ebenfalls in der Hippocampus-Formation klitzekleine anatomische und funktionale Änderungen zeigen. Und die meisten Patienten mit chronischen Erkrankungen des Immunsystems wissen auch, dass zum Beispiel in Zeiten, in denen sie besonders Stress haben, ihre Symptomatik oft wieder hervorkommt. Und in Zeiten, in denen sie relativ wenig Stress haben, die Symptomatik wieder abflauen kann. Und das hängt wahrscheinlich unter anderem eben auch mit Prozessen zusammen, die in dem Glückszentrum im Gehirn stattfinden. Und das Glückszentrum im Gehirn wird vor allem durch bindungsbezogene Prozesse aktiviert. Also wenn wir uns zum Beispiel um unseren Nachwuchs kümmern müssen, wenn ein Kind geboren wird, dann schwillt diese Region im Gehirn an. Und zwar bei Müttern als auch bei Vätern. Ja, das ist echt faszinierend. Und wie kann man Musik gezielt dazu nutzen? Also muss man dann oder sollte man dann Musik hören, bei der man sich besonders glücklich fühlt? Oder sollte das motivierend stimulierende Musik sein? Oder was würden Sie empfehlen, wenn man sich jetzt so eine spezielle Playlist anschaffen oder erstellen möchte, die besonders auf die Hippocampus-Region einwirkt? Wie sollte die Musik gestaltet sein? Ganz einfach. Es braucht nur Musik zu sein, die wir angenehm finden. Okay, angenehm reicht. Ja, aber am besten angenehm mit einer, sagen wir mal, positiven Stimmung, der Stimmung, in die wir kommen möchten. Also Patienten zum Beispiel, also viele Patienten mit Depressionen oder mit Tendenz zu Depressionen hören eben zum Beispiel eher traurig klingende Musik und sagen, ja, das hilft mir aber, da fühle ich mich verstanden, ich fühle mich nicht alleingelassen, es passt zu meiner Stimmung, anstatt Musik zu hören, die sich anhört, wie die Stimmung, in die sie kommen möchten. Also zum Beispiel motiviert oder fröhlich oder beruhigt oder was auch immer. und das ist ganz wichtig, es reicht Musik zu hören, die wir angenehm finden, jedoch achten Sie bitte darauf, dass das Musik ist, die sich anhört, wie die Stimmung, in die sie kommen möchten. Also zum Beispiel fröhliche Stimmung. Wenn jetzt ein Depressiver sagt, naja, aber wenn es mir schlecht geht, dann muss ich erst mal Musik hören, die zu meiner Stimmung passt. Wenn ich dann fröhlich klingende Musik höre, dann habe ich einen Widerstand dagegen. Sag ich, kein Problem. Dann fangen Sie erst mal mit Musik an, die sich anhört, wie die Stimmung, in der Sie sich gerade befinden und gehen Sie dann Stück für Stück über zur Musik, die sich so anhört, wie die Stimmung, in die Sie kommen möchten. Ist übrigens zum Beispiel fast bei jeder Bach-Kantate in Moll der Fall, die auch erst mal oft unsagbar, ja, traurig, mitfühlend beginnt und dann Stück für Stück aber übergeht zum Dur-Koral am Schluss, der unser Gemüt belebt und der uns ermutigt und der uns wieder Zuversicht fassen lässt und der uns vielleicht hilft, eben nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Ja, und dann kann es natürlich auch gerne wieder nicht nur, also diese Musik dann nicht nur gehört werden, sondern auch gerne wieder irgendwie daran beteiligt werden. Vielleicht mitklopfen, vielleicht mitsingen, vielleicht mitatmen, vielleicht auch die Spannungsbögen der Musik konzentrieren, einfach die Good Vibrations der Musik dann einfach in seinem Geist und seiner Seele resonieren lassen und dann kommt der Rest, macht unser Körper und unser Gehirn den Rest schon ganz alleine. Ja, wo Sie gerade nochmal Vibrations erwähnt haben. Es gibt ja auch, es gibt ja diese berühmte Perkussionistin Evelyn Glennie, die Musik ja eigentlich mit ihrem Körper erfährt, anstatt Musik zu hören, weil sie ja ja im klassischen Sinne nicht mehr hören kann, aber die Gewebe- und Knochenleitung dazu nutzt, um die Vibrationen mit ihrem Körper zu erspüren. Und was würden Sie sagen, wenn man jetzt Musik durch das Erzeugen von Vibrationen unterstützt, also zum Beispiel Klangschalen, die man auf den Körper legt, oder es gibt ja inzwischen auch diese Klangeier, die alleine durch die Knochenleitung ihre Musik entfalten, die hört man so, so hört man die Musik erstmal nicht, erst wenn die an einen Resonanzboden kommen, ob das jetzt der Körper ist, ob das Glas ist, ob das Holz ist, erst dann entfalten sie ihren Klang. Potenziert das die Wirkung der Musik nochmal zusätzlich? Ja, also das nächste Mal ist es so, wir hören eben nicht nur mit unserer Hörschnecke, sondern wir haben auch andere Sinnesorgane, mit denen wir hören können, und zwar zum Beispiel über Vibrationen. Das Gleichgewichts in unserem Organ, das Gleichgewichtsorgan in unserem Innenohr kann auch hören, in Anführungsstrichen, weil es auch empfindlich ist, zum Beispiel für plötzliche Geräusche, für Geräusche mit tiefen Frequenzen, und unsere Haut nimmt zum Beispiel Vibrationen wahr, aber auch etliche Organe unserer Bauchhöhle und Sexualorgane nehmen Vibrationen wahr und sind für Vibrationen empfindlich und oft finden wir diese Vibrationen auch angenehm. Es gibt Menschen, die sich gerne auf eine Waschmaschine setzen, einfach deswegen, weil das so angenehm vibriert. Ich gehe besonders gerne tatsächlich ins Live-klassische Konzert, weil ich dort das Fortissimo mit den Kontrabässen, wenn die so richtig, ja, die Kontrabässen so richtig reingreifen, so angenehm finde, weil das im Konzertsaal eben stärker in meiner Bauchregion dann vibriert, als wenn ich es zu Hause höre. Und klar, man kann zum Beispiel auch Musikinstrumente vibrieren, spüren und das kann das angenehm finden. Klangschalen und so weiter können auch, oder Klangliegen können eben auch durch ihre Vibrationen, die wahrgenommen wird, besonders entspannend und angenehm wirken. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, physiologisch ist das alles plausibel und nachvollziehbar, so wie ich das gerade beschrieben habe. Die Forschung dazu müssen wir noch abwarten. Da gibt es bisher erst ganz wenig empirische Untersuchungen dazu. Ja, ich bin ja tatsächlich ein Freund auch von Erfahrungswerten. Also Studien sind immer total wichtig, aber ich persönlich gerade in der Medizin finde es auch immer ganz, ganz wichtig, auch von Erfahrungswerten auszugehen. Und deswegen finde ich das ja auch so schön, dass Sie heute hier im Podcast sind, weil Sie können aus Ihrer weitreichenden Erfahrung sprechen und ich finde, es erfordert nicht unbedingt immer Studien. Für einen Wissenschaftler ist es natürlich immer total wichtig, aber ich finde, intuitiver Medizin zu machen und intuitiver Dinge auch mal zu nutzen, ohne dass es dafür Daten und Fakten gibt, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Einfach mal Dinge ausprobieren, die vielleicht noch nicht so eine harte Grundlage haben. Ja, ich stimme Ihnen dazu, jedoch müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir nicht Scharlatan aufsitzen, die sagen, sie hätten irgendwas und es ist aber gar nicht nachgewiesen. Es ist für uns ganz wichtig zu verstehen, dass es ja stets unser eigener Körper ist, der sich selber heilt. Und die Heilkräfte sind in unserem Körper. Die sind nicht in der Musik, die sind nicht im Arzt, die sind nicht in der Pille, die sind nicht in der Behandlung, sondern die Heilkräfte selber sind nur in unserem Körper. Heilen tut uns nicht der Arzt oder die Medizin, nicht der Arzt oder das Medikament oder die Musik, sondern heilen tut uns nur unser Körper selbst. Und dieser biologische Wille zur Heilung ist eben in uns selbst und den haben wir keinem Scharlatan zu verdanken, der sagt, er hätte da irgendwas Neues erfunden, was jetzt ganz toll wirkt. Einfach nur deswegen, weil unser Körper eben so stark heilt. Und in meinem Buch beschreibe ich ja auch, dass wir die Heilkräfte unseres Körpers auch im sogenannten Placebo-Effekt sehen können. Selbst wenn uns der Arzt eine Traubenzucker-Pille verabreicht und uns sagt, dieses Medikament wird sie heilen und wir das glauben, dann heilen wir auch. Das ist der sogenannte Placebo-Effekt. Und dieser Placebo-Effekt zeigt uns, wie stark die Heilkräfte unseres Körpers sind, wenn wir sie einfach nur zulassen. Es ist ganz wichtig, die Heilkräfte unseres Körpers, die biologisch da sind, nicht zu blockieren. Und das kann man durch unterschiedliche Dinge blockieren, natürlich so etwas wie Drogen, falsche Ernährung und so weiter, aber wir können es eben auch durch negative Emotionen blockieren. Negative Gedankenschleifen zum Beispiel blockieren die Heilkräfte unseres Körpers, ständiges Ärgern, ständige Feindseligkeit, ständiges eigenen Stress machen, sich ständig unzureichend fühlen, ständig unzufrieden mit sich selber zu sein, ständig sich schuldig für etwas zu fühlen, ständig sich Sorgen über etwas zu machen, ständig depressiv zu sein, das sind die Dinge, die die körpereigenen Heilkräfte blockieren. Und mit Musik können wir genau diese Blockaden eben so kinderleicht aufbrechen. Wir brauchen einfach nur Musik anzustellen, die wir angenehm finden, die für uns positiv klingt und uns irgendwie an der Musik zu beteiligen und schon findet eine Befreiung statt, unter der sich unsere körpereigenen Heilkräfte entfalten können. Wunderschön. Auf den Placebo-Effekt wollte ich auch noch eingehen, aber das haben Sie jetzt selber erwähnt, sehr, sehr schön. Ja, lieber Herr Professor Kölsch, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit, für das Teilen Ihrer Expertise mit uns. Mich hat das Interview sehr beseelt und ich habe wahnsinnig viel daraus mitgenommen und ich denke unsere Zuhörer auch. Ich möchte Ihnen wirklich von Herzen danken für Ihre Arbeit, für Ihr wundervolles Buch und an dieser Stelle wirklich noch mal definitive Leseempfehlung. Wer es noch nicht hat, besorgt euch dieses Buch und lest es. Es ist wirklich ein Geschenk. Ich wünsche Ihnen jetzt erst mal einen wundervollen Tag, noch eine tolle, erfolgreiche Woche und frohe Ostern. Es war mir eine Freude. Ich freue mich auch sehr über Ihre so schönen Worte. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke, dass du heute wieder mein Gast warst. Ich hoffe, du konntest mit ganz viel Inspiration aus diesem Interview rausgehen und hast viel für dich mitnehmen können. Teile diese Episode doch sehr gerne mit allen, für die sie wertvoll sein kann und lass mir eine positive Bewertung auf iTunes da. Danke dir. Hab noch einen fantastischen Tag, wo auch immer du gerade bist und vergiss nicht, du bist göttlich, deine Doro. Doro.